Sophia Tomala ist nicht gerne allein. Sie ist sportlich, hübsch, sympathisch und wieder Single, die Rede ist von Sophia Tomala, 31. Seit der Trennung von Fußballer Loris Karius, 28, geht die Moderatorin allein durchs Leben. Doch das soll sich so schnell wie möglich ändern. Denn wie sie selbst sagt, ist sie nicht gerne Single. Sophia gesteht, Ich date wahnsinnig ungern. Sophia und Freundin Laura Karaschek, 39, sprechen in ihrem gemeinsamen Podcast Künstliche Intelligenz jetzt über das Single-Dasein. Ich bin eigentlich gar kein Single-Type, verrät die Are You The One-Kupplerin im Gespräch. Und tatsächlich, blickt man auf Sophias Liebeschronik zurück, war sie in den vergangenen Jahren fast durchweg in einer Beziehung. Unter anderem gehören Gavin Rossdale, 55, und Till Lindemann, 58, mit dem sie sogar fast fünf Jahre zusammen war, zu ihren Ex-Freunden. Sophia hat also offenbar kein Problem damit, Männer kennenzulernen. Doch der Schein trügt. Ich date wahnsinnig ungern. Ich finde es extrem anstrengend, neue Leute kennenzulernen und dabei die üblichen Fragen zu beantworten und zu stellen, gibt sie preis. Online-Dating kommt für sie eher nicht in Frage. Dem Partner fürs Leben im Supermarkt oder einfach auf der Straße über den Weg laufen, wer wünscht sich das bitte nicht? Auch Sophias Traumvorstellung sieht so aus, denn Online-Dating ist so gar nicht ihr Fall, wie sie erklärt. Im Internet präsentieren sich immer alle von ihrer Schokoladenseite. Und dann auf einmal hast du den größten Catfish vor dir sitzen. Dann kommt diese Situation, dass du im Restaurant sitzt und denkst, ich will eigentlich jetzt nur noch nach Hause. Außerdem habe die Schauspielerin bereits schlechte Erfahrungen mit den Fotos der potenziellen Partner gemacht. Niemand hätte so ausgesehen, wie auf den hochgeladenen Bildern. Aber wer weiß, vielleicht hat Sophia ja jetzt genug Frösche geküsst und ihr Traumprinz begegnet ihr bald, egal ob virtuell oder im echten Leben.